Oh mein Gott, es ist Team-Time! We can clear him, okay? Look! No, eh... Just clear! Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Das ist heute der zweite Teil von Asozialer Supporter. Und Leute, ich habe ein cooles Update für euch. Und zwar sind im UOMC-Shop, also mein Plug-in-Shop, zwei neue Plug-ins online. Und zwar ist das einmal TES. Das ist ein Anti-Bot-System, also für eure Sicherheit vom Server. Und das Freundesystem, also wir haben jetzt ein Freundesystem im Shop. Und Leute, wenn dieses Video heute rauskommt, wird auch noch ein neues Produkt kommen. Also checkt auf jeden Fall mal den Shop aus, umcshop.com. Und jetzt viel Spaß mit Asozialer Supporter, es ist wieder mega witzig geworden. Und ja, schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende rein. Lasst einen Daumen nach oben da und let's go! Hallo! Hi! Wie kann ich dich helfen? Oh, wait, my mom is calling. Microphone muted. Mmm, you can define your problem. Hallo, was gibt's? And now is the English schedule. Um, could you please say it in English? Okay, I'm back. Okay, uh... Yeah, please define your question in English. Why are here two developer admins? Developer admins? Uh, where? Uh... Wait, who is... Oh, oh my gosh! Did you see the clock? Oh my gosh, it's team time! Oh my gosh! Oh my gosh! What the fuck? Hey, wake up! Oh mein Gott, das war so gut. Bitte definierst du dein Problem. Du hast zwei Dev-Admins. Du meinst Pascal und Jan? Ja. Okay. Sie sind System-Administrator-Administrator-Administrator-Administrator. Aber sie arbeiten beide im Entwicklung. Ja, aber warum zwei Dev-Admins? Welchen Tees trinkst du in Deutschland? Warum? Freak. Weil wir Teatime haben? Ja, es ist Teatime. Warum? You know the lovely red love hair? The super duper chuper? Würf dich bitte mit einem Deutschen reden, echt jetzt? Wait, we can not understand German. Just a bisschen. Can I speak with a German supporter? Now is the English schedule. Here are no German supporters. Only English. But this is a German team. Yes, but we are now international. Yeah, because it's now international. Mein Sucht is now international. You know? International like an airport. Yes, but you are... Yeah, I know what you mean. Oh. Oh, yes, okay. Yeah, you can drink with us. It's just like easy. You take your tea and then you drink. I hate you. Wait, what? Wait, what? We have to ban you. We have to ban you. Okay. When you ban me, then I ban you. Oh, wait. Okay. That's no good behavior. Oh, my God. You said you will ban me. Yes. Okay. Then we ban you for you will never ban me, okay? No, then I will report you. And you are kicked out of the team. No, 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 no. I'm the English supporter. Okay? Then we, um, see you, yeah? Okay. Okay. I have him as Buddy markiert. I am. I am. Please join him again. I have him again. Please join him again. Okay. Why you ban me for two seconds? All the fun. Herzlich Willkommen bei all socialer Supporter. Ich bin ja hier. 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 Alles klar. Ah ja, er disconnected auf jeden Fall erstmal, Leute. Hoffentlich kommt der wieder. Ist er wieder? Ich hoffe. Ja, da ist er. Ich rufen ihn wieder rein. Einmal hier. Ich bin ja hier rein. Hallo. Ich bin ja hier. Ach, Junge. Herzlich Willkommen. Ist es für dich okay, wenn du im Video bist? Ja, ja. Alles super. Also, ich bitte wirklich mal mit einem Supporter reden, oder? Nee, du kannst deine Frage doch einfach stellen. Ganz einfach. Jan und Pascal, die arbeiten beide im Development-Bereich. Aber Pascal ist halt für das System noch weiter zuständig. Deswegen ist er auch noch Admin. Genau. Achso, und ein Tipp. Ja, bitte. Was mir gerade auffällt. Nächstes Mal fragt mal Jan oder so, bei der Satisf3-Technik, ob dieser EN-Supporter ein richtiger Rang dafür einmal gemacht wird. Das fällt gerade mega auf. Ja, aber du hast es geglaubt, von daher. Ja, alles gut. Vielleicht werden wir das dann irgendwann machen, aber so wollten wir das ja. Das ist ja jetzt nur für ein Video, von daher. Dafür stellen wir jetzt nicht einen extra Rang. Okay. Okay. Dann wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag. Ja, dir noch einen schönen Tag, ja. Hey, willkommen to your channel. How can I help you? Ich möchte nur hier hier spotten. Could you define your question please in English? We have now the English Schedule. Hallo. Why are you laughing? I cannot speak. You cannot speak. Why are you coming to support? It's clear that now the English Schedule is activated. You want to report Shine Toad? Wait, the identity, to be clear, is this one. And what we should do with Shine Toad? I hope it's better, right? We can clear him, okay? Look. No, I... Just clear. Like... Yeah, oh my God. Yes, yes, yes. Cleaning up is a good match. Wait, 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 wait. Okay, I have cleaned up. So, so, you know good in English. Try it. Oh my God, that's so perfect. This one? This one? Oh, no. Ah. Okay, we understand your problem. So, we should ban him. Wait, wait, I move him. Okay, move him. He's already in the channel. He's already in the channel. Okay, perfect. Then we can directly ban. Yes, Samuel banned. Okay, we ban you, okay? Then we ban Samuel. I do it. Yeah, perfect. Okay, then have a nice day. I'm wondering your channel was banned from the server. Why, why you, why I banned you? You said we should ban Samuel and that's what we did. No, ban Samuel, Katja Krasovic Samuel. Ah, Katja Krasovic. You know, oh my God, her songs are so perfect. And her body, oh my God, look at Katjas body. You know, you watched her videos? No. No? Oh my gosh, just go on the ground and shame on you. Und damit natürlich auch herzlich willkommen bei Asozialer Supporter. Ich bin der liebe Flux und du bist bei mir im Video. Ist das für dich okay? Ja, darfst du auf meine Stimme ver- Perfekt. Ich glaube, teilweise wisst ihr das alles schon davor, ihr kleinen Schlingel. Ähm. Ja, hat ein Spieler gemeldet, der hat den ganzen Support vollgespampt. Oh. Ah ja, Mann. Was ein 31er. Der 31er. Ja, Leute, ähm, dann wünschen wir dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ja, euch auch. Ähm, und dann, Leute, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von englischen Supporter oder sonst was sehen wollt. Und schreibt uns gerne mal Challenges unten rein, wie wir zum Beispiel mal supporten sollen. Wir können ja auch mal einen auf Russisch machen oder keine Ahnung. Ähm, und ja, schreibt das unten rein und jetzt wünschen wir euch einen superschönen Tag. Und denkt dran, natürlich den Channel zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Schaut bei Bote vorbei, Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ähm, der macht auch manchmal Videos, ist so ein Teilzeit-YouTuber, würde ich das beschreiben, so. Eigentlich kann man den auch löschen im Kanal. Ähm. Ja, klar. Erster Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung und, ähm, ach so, ja, Leute, das könnte ich übrigens mal sagen, ähm, bei UMC Shop wird es bald auch eine Rabattaktion geben. Dazu könnt ihr auch gerne mal dem Twitter-Account folgen. Ähm, dort werden auch öfter so Updates gepostet und so weiter. Also folgt dem Account gerne mal. Und, äh, jetzt noch einen schönen Tag euch und, ähm, ja, Daumen nicht vergessen. Ciao, ciao. Bote, du stinkst. Und Leute, denkt dran, Tea Time. Actually. Floor, ciao. So it's all snowy. So, so roots. So we'll see you coming to the tide. At plan go. So it really was cool. Now you can see what you have in the videoowjні居 depois color. Bis zum nächsten Mal.